Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von St. Marien, herzlich begrüße ich Sie aus der weihnachtlich geschmückten Marienkirche. Das vergangene Jahr hat uns allen sehr viel abverlangt. Gemeinsam haben wir das Beste daraus gemacht. Und auch als Pfarrei haben wir dank vieler ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezeigt, dass wir für die Menschen unserer Stadt und darüber hinaus da sind. Danke Ihnen allen. Für das kommende neue Jahr wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, Gottes Segen, Zufriedenheit. Und wenn es dunkel wird in Ihrem Leben, in schwere Stunden kommen, möge Ihnen das Licht aus Bethlehem, das hier an der Krippe brennt, leuchten, Kraft und Trost schenken. Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und vor allem gesegnet. Alles Gute für das neue Jahr.